Ihr springt nicht zurück. Ihr bleibt hier und stirbt. Ihr stirbt. Scheiß Zeitlimit. Ich muss, ich muss. Keine Zeit mehr. Ist egal. Locker. Mich nicht zelt... Was zur Hölle? Nicht dein Ernst? Neee. Ja klar. Natürlich. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht, Freunde. Ich glaube es nicht. Ich glaube das doch nicht. Ernsthaft. Das ist euer voller Ernst. Ich frage euch nochmal. War das euer Ernst oder war das nicht euer Ernst? Was zur Hölle? Ich probiere mal den klein zu kriegen. Ich glaube ich habe einfach auf dem liegen, okay? Na gut. So was habe ich noch nicht erlebt, hey. Schieben, 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 schieben. Sauber. All die Mühen und so, die ich hier... Fuck, die gibt es ja auch noch. Mist. Es ist nur einer. Einer ist keiner. Zwei ist so gut wie eins. Also keiner. Und der Rest, der kommt erst gar nicht. Freut mich. Sauber. Richtig gut. Das war wirklich gut. Toll. Ich habe keinen Kubus, ne? Ich muss groß bleiben bis zum bitteren Ende. Was sich nicht so einfach sagen lässt, wenn hier so... Einfach mal so, ne? Ihr seht das ja selbst, was hier passiert. Fuck. Komm, mach mal, mach mal, mach mal. Bitte, bitte. Nein, nein, nein. 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 Bitte nicht. Und ich flehe noch runter. Es war klar, dass man da einfach so runterfallen kann. Asozial, asozial, asozial. Nice. Boah, das ist schon ein recht langer Weg, ne? Dafür, dass kein Checkpoint da ist. Und zusammendrücken. Cheep, cheep, cheep. Geil. Jetzt kommt die Armada da. Warte mal. Wie wäre es denn hiermit? Nice. Ich glaube, dann spare ich mir einiges an Nerven. Ich muss halt im richtigen Jetzt. Perfekt. Jetzt habe ich weggeklickt, Mann. Super. Toll. Nicht so schön, wie es, äh, wie es hätte sein sollen. Wieder weg. Ich hatte es ja gerade. Ich drücke doch und drücke. Wette, geht doch. So. Ja, hier sind jetzt nämlich gar keine Sparkies mehr, sondern nur diese Goombas. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, um die auszulöschen. Weil das ist ein bisschen crazy, was hier gerade zu sehen ist. Jo, ist nämlich einfach nur eine Fuhre. Vielleicht mache ich, ne, ich mache leider keine. Toll, ich war kurz davor, ein Leben zu machen. Na toll. Der größte Scheiß überhaupt, ne? Nein, die springt zu mir. Boah, war das knapp, ey. Ich sehe die Zeit, ja? Ja, ich sehe sie. Ach ja, richtig. Sauber. Ziel ist mein. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Ah, Feuerwerk. Danke, danke, danke. Oh mein Gott. War das Hammer. Genauso wie das Hammer ist. Was sollen die, was wollen die darstellen? Rennen die aus dem Bild? Ja, rennen aus dem Bild. Alles klar. Was ist jetzt? Ich kann gar nicht mehr hoch springen. Hä? Ich kann nicht mehr hoch springen, Freunde. Na ja, egal. Nicht egal. Ich kann verdammt nochmal nicht mehr hoch springen. Ich kann da nicht hoch springen. Ah, ich sehe, ich sehe schon. Hat der was geändert am Mod oder sowas? Vielleicht kann er einfach nicht mehr hoch springen. Ich muss halt alle auslöschen. So wiss ich, komm mit ihm jetzt. Super. Hier ist schon klar, dass ich den von oben getroffen habe, ne? Ich habe einfach mal das Gefühl, das war nicht so mit rechten Dingen oder sowas. Kann das sein? Und da verliere ich das Leben so undankbar. Weil ich ein Leben haben wollte, verliere ich ein Leben. Ne, das ist nicht zum Leben machen gedacht. Das weiß ich jetzt auch. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, gut zu wissen. Und springe ich halt drüber. Der hat hier einfach die... Der hat hier einfach ver... Der hat hier einfach verändert, wie hoch ich springen kann, ey. Nein! Ich dachte, ich wäre ein Portal drin. Ich bin ja... Ich bin doch extra. Ist ja nicht so. Das ist genau das. So sollte es sein und nicht anders. Gut. Wunderbärchen, alles klärchen, Wunderbärchen. Ich muss mich hier verziehen, da kommen nämlich ein paar Goombas noch. Kann sein, dass ich die, äh... dem Shell besiegen soll? Nee, kann man nicht. Aber man könnte es doch... so machen. Hier... Glitch Goombas. Goombas Koopas. Da war... Ich kann mich da nirgendwo schießen, oder? Ich habe schon wieder vergessen, dass ich kaum springen kann, ne, bei diesem Level. Was ist das Ding, das Ding, das Ding wollte ich gar nicht. Scheiße, Mann. Nein! Da oben ist ein Laser! Mit Schnelligkeit kann man es aber schaffen, glaube ich. Diese Mel... lokal- Metabolischen Cooper. Was soll ich machen? Was soll ich nur machen? Was kann ich tun, damit ich eine Chance habe? Ich könnte mal abhauen. Boah. Lol. Sauber. Sauber. Und yeah. Und yeah. Yay. Oh verdammt. Ist wieder typisch, ne? Dass es wieder so ein Zufall hier ist, dass der geradewegs da so drin ist. Hat dieser Shit Cooper, der sich da rausgeglitscht hat, Mann? Hat dir dein... Hat dir dein Vater Cooper nicht erzählt, dass man sich nicht rausglitschen soll? Wenn das Spiel nicht dafür konzipiert ist. Fuck. Nein! Vier Leben. Noch. Das ist cool. Ich muss hier wieder ein bisschen, äh... ...genauer gucken, sodass ich die wirklich erwische. Und mich nicht von denen... Ach, Mann, ey. Jetzt habe ich wieder das Problem. Ne? Geht doch weg. Klasse. Klasse gemacht. So kann man natürlich seine, äh... ...Sachen hier auch hinschieben, ne? Das, äh... ...das ist... ...bravürös. Wenn ich jetzt nicht mehr hochkomme... Boah. Gebt mir das als Teil her. Ha. Weg damit. Toll, der Cooper ist da. Stimmt, der ist ja immun gegen ihr Zeugs, was hier ist. Lass mich raus, verdammt. Und zwar wollte ich das so machen. Hm, mach's lieber da. Hilfe! Die Cooper-Amada. Verdammter Mist, ey. Jetzt ist... Jetzt ist vorbei. Oh. 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 Ich muss hier raus. Ja, gott sei Dank. Na ja. Sauber. Das macht den gar nichts, okay? Lol. Das wird lustig. Toll. Soll ich da so rein? Das könnte ein Leben geben. Könnte. Sauber. Ein Checkpoint. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das sind mehrere... Das wusste ich natürlich jetzt nicht. Das... Wie... Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass das viele kleine sind und die einzelnen darunter gehen. Du scheiß... Koopa, Mann! Was hätte ich... Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was muss ich tun? Um diesen... Sauber. Leben des Todes? Äh... Was heißt... Was heißt Todes? Leben! Willst du mich verarschen, irgendwie? Ah, okay. Man kann hier, also an der Seite. Komm. Sauber. Bitte nicht runterglitschen. Huhuhuhu. Das Map Pack ist unfair. Ich habe gerade ein Leben bekommen. Sauber. Ich muss mich da einfach hier unterstellen. So, jetzt kommen sie random. Schießt. Sehr gut. Vier von fünf. Ah. 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 Nein. Ihr rasten wieder aus. Wir rasten aus. Ich habe dir nie was getan. Wow. Ich bin kurz vor dem abkranken. Ich bin tot. Sorry. Bin tot. Nein. Toll. Nein. 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 Scheiße, ey. Wow. Boah. Hi. Ha. Ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, aber mein Leben neigen sich dem Ende zu. Und das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Ja. Ja. Ja.